Läuft? Läuft. Okay. Hallo Sascha. Hallo Regensburg. Ich sag's gleich. Film ist eine schlafwandelnde Göttin. Champagner für die Augen und Gift für den Rest. Aber Film ist das richtige Gift für ein Gefängnisausbruch, für einen Jailbreak aus der eingeübten Realität. Und plötzlich brennen tausend Kerzen hinein, wenn man sich auf der Leinwand wiederfindet, in einem Charakter, in einem Lächeln, in einem Satz. Und das ist auch schon die ganze verholte Dramaturgie des Universums. Je besser einem etwas gefällt, je besser gefällt man sich selbst. Und das ist auch alles, worum Film geht. Da ist nichts anderes. Kapiert? Je besser einem etwas gefällt, je besser gefällt man sich selbst. Okay? Love and Peace.